Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind hier bei unseren Kiddos und dem Mutti. Und ja, ich habe ihn schon mal losgeschickt, dass er an seinen Fähigkeiten arbeiten soll. Und ja, ich glaube, wir hatten uns nichts aufgeschrieben für diese Folge, deswegen lassen wir es einfach auf uns zukommen, was hier so abgeht. So, die beiden Kinder, die in der Grundschule sind, die können hier zocken, weil die haben noch gar keine Fähigkeiten erreicht. Die sind ja erst gealtert und ich denke, Videospiele ist am besten. Achso, es ist gerade Schule. Ne, sie soll nicht schwänzen, bitte. Ja, dann sollen die das halt später machen. Ups, naja, passt schon. Die Hüste ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen. Wieso geht sie denn jetzt nicht? Oh, jetzt geht sie nicht zur Schule. Ich raste aus. Na gut, dann kann sie sich ja um ihr Schulprojekt kümmern. Wenigstens, weil das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ja, deswegen wird sie wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen, weil jetzt sackt sie natürlich richtig heftig ab. Aber, ja, wenn sie sich um ein Schulprojekt kümmert und sowas, dann wird das schon wieder gehen, I guess. Sie ist natürlich nur zu Hause geblieben, damit sie sich auch um Schule kümmern kann. Das nennt sich nämlich, äh, äh, Homeschooling. Genau. Lebensstil gewonnen. Jetzt ist sie gesellig. Offiziell steht das jetzt hier drin. Cool. Aber, finde ich eigentlich fein, weil ich mein, angespannt von weniger als vier Freunde hat, wird sie eh nicht haben. Ähm, das mit den Gefühlen interessiert mich gerade aktuell eigentlich nicht so. Sozialaktion, ja, kriegt sie eigentlich immer hin. Verschiedene Vorteile durch die Interaktion mit drei oder mehr Freunden gleichzeitig oder durch Schließen einer neuen Freundschaft. Ja, ist gut. Und kann schnell Freundschaften aufbauen. Und das ist halt auch richtig gut eigentlich. Rechnung bezahlen 6.500, das ist ganz schön viel tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso das so viel ist, aber wir akzeptieren das. Oh mein Gott, das ist schon wieder so viel. Damit schon wieder fast die ganze Rechnung, äh, bezahlt. Easy. Oh, die Fische kann ich auch verkaufen. Hochleistungskannickel. Oh. Das Kind muss mal schlafen. Und wenn Mutti gerade nichts zu tun hat, kann sie Babystrampler stricken? Nein, ich möchte das Kind da reinsetzen. Hallo, ich möchte Kind ins Bett bringen. Oh mein Gott, wir müssen uns wieder freundlich vorstellen bei diesem Kind. Ich raste aus, das ist so dumm. Das ist so, 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 so dumm. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. Aber wir müssen uns anscheinend jetzt immer bei unseren Kindern erstmal vorstellen. Kennen uns ja nicht schon seit der Geburt. Weil ich möchte halt, dass sie ihn ins Bett legt. Also wenn sie ihn in den Schlaf liest zum Beispiel, wäre das sehr, sehr cool. Weil dann lernt er ja, glaube ich, Fantasiefähigkeiten nebenbei. Das wäre doch ziemlich cool. Wow, es klappt dann auch mal. Ich bin ja richtig stolz. Wow. Wow. Gute Nacht. Oh, ich lieb's. So, die haben jetzt alle Projekte. Aber manche sind sogar Einsatzschüler geworden. Das ist sehr cool. Deswegen behalten wir die Projekte auf jeden Fall. Das Karnickel kann ich noch verkaufen. So, also sie ist Einsatzschüler und sie ist Einsatzschüler. Er ist nur Zweierschüler und sie ist Dreierschülerin. Okay. Dann können wir auf jeden Fall mit irgendwem etwas haben. Weil sie kann natürlich wieder schwanger werden dann, ne? Wenn die ausziehen. Weil dann haben wir die Chance auf Drillinge. Und das ist auf jeden Fall genug Platz, I guess. Happilichen Burzeltag. Tu dich. Yeah. Und sie ist noch ehrgeizig. Cool. Dann du noch. Wünsche ich dir natürlich auch. Und so wie immer. Und die teleportieren sich jetzt immer dahinten hin. Voll lustig eigentlich. Genießerin. Mach nochmal Kerzen drauf. Und dann könnt ihr beiden raus. Raus mit euch. Tschüss. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Typen hatten. Aber ich glaube nicht, oder? Wie wäre es mit dir denn? Hi. Hi. Wir können uns nämlich bezaubern vorstellen. Ich habe die First Impressions Mod. Deswegen bin ich mal gespannt, was da für eine Impression bei rumkommt. stark gesinnt. Hm. So, dann aufreizen, posieren und betören. Es war schön, dich zu sehen. Nein. Wir müssen jetzt miteinander ein Tichtel-Mächtel haben. Und knutschen. Toll. So, wir machen in der Dusche. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Why does this not work? Warte, wir fügen ihn einfach zu einer Runde hinzu. So. Und dann latschen wir zu unserem Haus. Nämlich genau hier hin. So. Und dann können wir bestimmt ein Tichtel-Mächtel haben. Und jetzt können die auf jeden Fall ein Baby machen. Viel Spaß. Schicke Schuhe. So. Kann sie mal gerade einen Schwangerschaftstest machen? Erinnerung an das erste Wuhu. Ich glaube nicht. Yay. Melody ist schwanger. Nicht der beste Kuss. Es war nicht so toll, aber ich habe ja auch keine Erfahrung. Ja. Bestimmt. Da hat sie keine Erfahrung. Mann. Bei 66 Kindern. Da hat man noch nie jemanden geküsst. Man sieht ja noch gar nicht an, dass sie schwanger ist. Kann das sein, dass das mit der Pregnancy-Overhaul-Sache geändert wurde ein bisschen? Weil, also ich meine, es ist ja normal, dass man im ersten Trimester noch nicht so viel sieht. Aber ich glaube, sonst sieht man das schon mehr, oder? Weil sie ist ja auch definitiv schwanger. Wir müssen mal das zweite Trimester abwarten, ob das dann anders ist. Denkst du auch an mich? Okay. Wen fragst du das? Das ist halt die Frage. Also ich denke an dich, Melody. Ich will deine Gefühle nicht verletzen. Was? Das ist dein Sohn. So, dann mal auf in die Schule. Mal gucken, wie ihr euch schlagen werdet. Also er ist auf jeden Fall auch schon wieder gut am Start, würde ich sagen. Jodie ist zwei Schülerin und Tuesday auch. Sehr schön. Aber was macht Zachary die ganze Zeit? Oh mein Gott. Wegen dem Mini-Bisschen hat der es nicht geschafft. Ich bin enttäuscht. Ehrlich. Das kann nicht sein. Können wir jetzt eigentlich endlich mal wieder stricken? Funktioniert das wieder? Wurde das irgendwie gepatcht oder so? Oh mein Gott, das funktioniert wieder. Ja. Cool. Das ist sehr schön. Yay. Sie hat den Hebelstrampler fertig. Dann können wir den, äh, unseren Bibis demnächst anziehen, wenn wir neue Bibis haben. Dann machen wir den Herrenpullover weiter. Okay. Also, wenn sie steht, kann sie das immer noch nicht. Aber wenn sie sitzt und ich dann das drücke, dann klappt das. Okay. Also muss ich sie einfach erstmal hinsetzen und dann drücken, dass sie mit dem Strippprojekt weitermachen soll. Das kriege ich aber hin. Also, dann bin ich auch einverstanden damit. Sehr schön. Dann hat sie den auch schon fertig. Dann können wir den auch zum Kleiderschrank hinzufügen. Cool. Also, jetzt sieht man, dass sie schwanger ist übrigens. Das ist gut. Also, ich denke schon, dass es dann mit der Mod kommt. Weil ich glaube nicht, dass sie das von sich aus geändert haben. Aber ist ja auch egal. Ich würde dann aber in dem Moment auch sagen, dass es jetzt vorbei ist. Hilfe! Der Pfad ist vorbei. Wir haben ganz gut was geschafft, denke ich. Ich guess. Und ja, ich hoffe, wir sind das nächste Mal wieder. Bis denn. And iauun. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.